Ideologie geht der Ampel vor dem Wohl von Kindern und Familien. Und so wie die Grünen ideologisch verblendet Deutschland zerstören, so ist die woke-grüne Blackrock-CDU gefangen in einer Brandmauerdoktrin gegen unsere zutiefst demokratische Partei, meine Damen und Herren. Die einzige Brandmauer, meine Damen und Herren, die wir in Deutschland brauchen und die insbesondere Frauen und Kinder brauchen, das ist eine Brandmauer gegen linksgrüne Ideologen, wie sie in der Ampel sitzen. Und dafür steht nur die AfD, meine Damen und Herren.